Hey Metalheads! Hallöchen! Ihr habt uns in den letzten Wochen und Monaten einige Fragen geschickt und wir wollten mal in diesem Video darauf antworten. Immer vorsichtig sein mit solchen Frage-Antwort-Videos, wenn es um so persönliche Sachen geht, wie Sport und Ernährung, sind Ferndiagnosen schwer. Wir geben unser Bestes, aber das Beste ist immer noch, wenn ihr mal zu einem Live-Workshop kommt und dann können wir sehr gezielt auf eure persönlichen Fragen eingehen. Und wir steigen direkt ein. Die erste Frage kommt von Matze, er fragt, Essen vor oder nach dem Sport? Frühstück zum Beispiel, was ist für den Stoffwechsel besser? Also da ist Kati ja nun wirklich die Expertin, als Ernährungsberaterin, also erzähl mal. Oftmals glauben die Leute, wenn man nichts vorher isst und auf nüchternem Magen trainiert, dass das sehr viel besser fürs Abnehmen funktioniert. Das ist nicht so. Dabei ist dann eher wichtig, dass man die Länge des Workouts ein bisschen anpasst, weil wir haben ja verschiedene Stadien, was wir wann verbrennen. Die meisten wollen ja, wenn sie abnehmen wollen, in die Fettverbrennung. Das ist eher über die Zeit des Workouts eben zu steuern. Das fängt so bei einer halben Stunde, eher Dreiviertelstunde an. Da funktioniert das wesentlich besser als jetzt über die Ernährung und sich vorher das da zu kasteinern und zu sagen, ich esse jetzt nichts. Ansonsten ist das tatsächlich so ein bisschen auch eine Frage des persönlichen Geschmacks und wie man es verträgt. Ich bin ja ganz gut, was so Kreislaufgeschichten angeht. Das heißt, wenn ich ohne Frühstück trainiere, dann halte ich das nicht lange durch oder ich mache nur ein liegendes Workout. Das geht auch. Nein, also ich esse halt was. Man guckt halt, dass man nicht die schweren Pancakes und Croissants und Schokoladenfondue vielleicht frühstückt und dass es ein bisschen Zeitraum gibt zwischen Frühstück und Workout, damit einem das nicht wieder hochkommt sozusagen. Also ein kleines bisschen anverdauen. Dann funktioniert das für mich persönlich sehr gut. Für dich ein bisschen anders. Ja, ich kann sehr gut auf leeren Magen trainieren. Macht mir Spaß. Ich kombiniere das ganz gerne auch mal mit Intervallfasten, dass ich dann tatsächlich zwölf, 14 Stunden lang nichts esse und dann erst trainiere. Wie gesagt, funktioniert für unterschiedliche Leute unterschiedlich gut. Man muss auch immer darauf achten, es fühlt sich dann für mich gut an, auch wenn es vielleicht physiologisch, wissenschaftlich nicht haltbar ist. Aber weil es sich für mich so gut anfühlt, immer wieder mache ich das ganz gerne so. Und dann ist eben auch die Frage, zu welchem Ziel du trainierst. Was habt ihr studiert? Was sind eure Legitimationen? Ich mache keinen Sport. Nein. Ja, das ist ja leider bei vielen so. Die machen einfach nur gerne Sport und machen dann Workout-Videos. Ich habe auch was studiert, nämlich Physiotherapie dual. Das heißt, ich kenne mich da ganz gut aus. Ich habe täglich mit Patienten zu tun. Ich weiß vor allem, wo so die typischen Fehlerquellen sind, auch was man bei Übungen falsch machen kann. Da profitieren wir so ein bisschen von, indem wir euch hoffentlich von vornherein Tipps geben können, wie wir ja, wie sich möglichst wenig Fehler dann auch einschleichen können. Und nicht nur das. Kathi gibt auch immer super hilfreiche Hinweise, weil sie ja auch viele ältere Patienten hat. Das heißt, unsere Videos beinhalten viele Übungen, wo Kathi einfach weiß, das sind Dinge, die rächen sich in 20, 30, vielleicht 40 Jahren. Also sind wirklich auch Prophylaxe-Videos. Weil man einige nicht so beliebte Muskeln manchmal dann auch vergisst zu trainieren. Und zusätzlich bin ich noch ausgebildete Ernährungsberaterin. Insofern auch über die Ernährung und den zweiten Teil sozusagen, der wichtig ist für Gesundheit und Fitness, weiß ich ganz gut Bescheid. Und was mit deinen Fortbildungen? Die hast du auch noch. Ja, und genau, Fortbildungen habe ich auch noch. Ja, die Physiotherapie lebt ja davon, dass man sich immer weiterbildet. Das heißt, ich habe mich mit einem großen Teil spezialisiert auf orthopädisch und chirurgische Patienten. Das heißt, Gelenkerkrankungen über die manuelle Therapie, das mache ich. Rünftronage ist da nicht ganz so wichtig, aber Trainingstherapie, medizinische Trainingstherapie, tapen kann ich noch. Reha-Sport gebe ich regelmäßig. Also eigentlich alles dabei. Ja, und ich habe Bewegungswissenschaft und Biologie studiert in Hamburg. Also Bewegungswissenschaft ist Sportwissenschaft. Allerdings noch ein bisschen weiter umfassend ging viel auch um Bewegungslehre, Bewegungsvermittlung, was natürlich dann auch sehr hilfreich ist, wenn man anderen Leuten helfen möchte zu trainieren. Und ich habe immer schon sehr intensiv Schlagzeug gespielt und auch schon sehr lange unterrichtet. Und parallel zum Studium habe ich als Profidrummer gearbeitet und irgendwann dann nur noch das gemacht. Da ich aber so gerne unterrichte, habe ich zusätzlich zu meinem Bachelor in Sportwissenschaft jetzt noch ein Fernstudium gemacht zu Music Education. Und auch da viele Fortbildungen gemacht, viele Workshops besucht und mich eben sehr mit dem Thema Lernpsychologie und Bewegungslehre und Bewegungsvermittlung befasst. Und Motivation, das ist natürlich auch ein großer Faktor, weil ich meine Schülerinnen und Schüler natürlich motivieren muss, zu üben. Und vor allem auch, da geht es ja auch um das Langfristige und die Zielsetzung, das ist ja beim Sport eben auch sehr wichtig. Und unsere Legitimation darüber hinaus ist einfach, dass wir zusammen oder einzeln auch seit vielen Jahren auf Festivals fahren, durch und durch Metalhead sind. Ich habe viel Metal gespielt, spiele bis heute und wir hören, wenn wir zusammen Sport machen oder einzeln auch dabei einfach Metal. Aileen fragt, ich finde es irgendwie eigenartig, dass Eiweißriegel mit Schokolade umzogen sind. Daher meine Frage, gut oder eher nicht gut? Ich esse sowas ganz gerne nach dem Sport. Natürlich bleibt es dann in gewissermaßen eine Süßigkeit, weil da natürlich Zucker drin ist in diesen Riegeln. Das sieht man ja auch, wenn man hinten mal auf die Zutatenliste schaut. Kleiner Tipp überhaupt, wenn ihr auf diese Zutatenliste guckt, das ist immer eine Reihenfolge, wie viel von was drin ist. Also je weiter vorne das auf der Liste steht, desto mehr ist davon drin. Das heißt, wenn Zucker so der zweite Inhaltsstoff ist, dann würde ich die lieber lassen. Ja, das Problem ist, glaube ich, bei den meisten, dass die ja irgendwas brauchen, damit es auch ein Riegel ist. Es gibt bestimmt andere Möglichkeiten, aber ob die dann schmecken, ist auch so dahingestellt. Das heißt, es gibt bestimmt Fitnessriegel, also ich kenne jetzt nicht alle, aber welche, die mit zumindest dunkler Schokolade überzogen sind, das ist dann nicht ganz so viel Zucker. Oder mit Süßstoffen vielleicht besser. Ja, so Zuckerersatzstoffe, die da drin sind, das ist immer noch ein bisschen besser. Also ich glaube, da ist ein Shake dann vielleicht doch besser. Bringt euch gleichzeitig mit die Flüssigkeit. Wenn ihr es in einer großen Packung kauft, spart ihr Verpackungsmüll und ist wahrscheinlich sehr viel und manchmal eben auch gar kein Zucker drin. Sehr viel weniger, Entschuldigung. Also als Snack, glaube ich, ist das halt schon eine gute Geschichte. Anstatt jetzt andere namhafte Riegel zu essen, die halt nur schlechte Sachen bringen, hat man da zumindest noch den Proteinanteil. Aber die sind nicht automatisch gesund. Als ich muss jetzt Energie haben und ich esse nicht das Franzbrötchen, sondern ich esse jetzt den Proteinriegel. Ich glaube, dafür ist es schon nicht verkehrt. Dann ein bisschen gucken, welcher ist da noch auf der Sonnenseite. Eileen's Bauchgefühl war schon ganz richtig, dass das schon nicht ganz stimmig ist, dass Proteinriegel mit Schokolade überzogen sind, das stimmt schon. Aber zwischendurch kann man sich das mal gönnen, da reden wir ja auch so oft drüber. Wenn das deine Belohnung nach dem Sport ist, wenn dir das schmeckt, dann ist das cool. Dann ist es das, das dafür sorgt, dass du das Training durchziehst, weil du weißt, danach kriege ich meinen Riegel. Das ist doch auch ganz geil. Und so viel Protein ist ja auch da nicht drin, mal davon abgesehen. Nächste Frage, eine ganz kurze, die kam tatsächlich auch mehrfach. Lebt ihr von eurem Kanal? Schön wär's. Also das wäre tatsächlich unser Ziel. Das ist unser Traum, von diesem Kanal zu leben. Dafür müsste es noch sehr viel mehr von euch geben, die uns Fragen stellen, die uns unterstützen, die abonnieren. Also wie immer. Wie auch bei einer Band, die sagt es auch immer. Erzählt es weiter, kauft Merch. Merch, vielleicht machen wir ja auch mal Merch. Aber bisher ist es einfach ein Leidenschaftsding und wir wollen auch jungen Bands die Möglichkeit geben, eine Plattform geben. Also wir spielen ja sehr viel Newcomer-Bands. Und ja, da wollen wir darauf aufbauen und wir planen jetzt auch Live-Workshops. Wenn ihr dabei bleibt, dann bleiben wir auch dabei. Ja, genau. Lisa fragt, wie schaffe ich Liegestütze? Selbst als ich mein Wohlfühlgewicht hatte und sechs Tage die Woche im Fitnessstudio war, habe ich das nicht hinbekommen. Okay, sechs Tage die Woche im Fitnessstudio zu sein, wissen wir jetzt nicht, was du da gemacht hast, was das beinhaltet. Wenn du halt immer auf dem Stepper warst oder wenn du irgendwie, ja, Crunches gemacht hast oder in der Sauna warst, dann ist klar. Ich gehe immer ins Fitnessstudio, ich weiß gar nicht, warum das nicht funktioniert. Dann übst du natürlich nicht gezielt diese Bewegung. Aber selbst wenn du Kraftübungen gemacht hast, ist es die Koordination. Liegestütze sind für viele überraschend schwierig, weil das eine Übung ist, eine Bewegung ist, die du im Alltag nicht hast. Das ist so wie Klimmzüge. Selbst wenn du sehr kräftig bist, diesen Bewegungsablauf hast du im Alltag einfach nicht. Und was du da eben machst, ist, du tastest dich langsam ran, indem du erst mal Liegestütze an der Wand machst, dann Liegestütze am Schreibtisch, dann Liegestütze auf den Knien und so weiter. Und zusätzlich natürlich gezieltes Krafttraining für diese Muskelgruppen. Vor allem auch, also sechsmal Fitnessstudio, selbst wenn man spezifisch trainiert, ist ja auch nicht gut, weil du musst ja auch eine Pause haben zwischen den Trainingseinheiten. Also man kann jeden Tag Sport machen, aber man muss halt unterschiedliche Muskelgruppen beanspruchen. Du kannst nicht jeden Tag die gleiche Muskelgruppe trainieren. Das hat ja eher den gegenteiligen Effekt. Genau, das nennt sich dann Übertraining. Man kann das runterbrechen. Man kann eben, wie du sagst, das in abgeschwächter Form versuchen. Was ich auch mal gesehen habe und ausprobiert habe und was erstaunlich gut funktioniert hat, war, es gibt ja diese Loopbänder, diese Terrabänder, die schon im Kreis sind sozusagen. Wenn man die um die Oberarme rum macht, es geht tatsächlich besser. Das hilft aber eben auch diese Abschwächung. Aber eben auch Teilbereiche trainieren. Also nur mal Bizeps, nur mal Brust, nur mal Trizeps oder sei es nur eben so kleine Bewegungen aus dem Schulterblatt raus. Genau, erstmal so weit wie du kommst. Erstmal schon im Liegen, aber nicht ganz runtergehen. Vielleicht den Bewegungsradius Stück für Stück erhöhen. Und was auch auf jeden Fall wichtig ist bei Liegestützen, ist Körperspannung, also auch Bauchmuskulatur. Und manchmal ist es dann auch eine Motivationsgeschichte. Du brauchst auch einfach jemanden, der dich anschreit. Kann auch sein. Ein letzter Punkt wäre vielleicht auch noch die Liegestützvariation, wo deine Hände aufliegen. Also wenn du sie nah am Körper hast, wird es tatsächlich ziemlich schwierig. Sehr weit außen wird auch wieder schwierig. Eine Handbreit außerhalb der Schultern. Da würde ich vielleicht anfangen. Ja, und nicht mit anderen vergleichen. Es ist halt so, dass den Frauen leider häufig solche Sachen auch nochmal ein Stückchen schwerer fallen als den Männern. Weil unsere Stärke meist eher im Unterkörper, also in den Beinen liegt. Da haben die Frauen halt einfach mehr Kraft in der Regel und die Männer ein bisschen mehr im Oberkörper. Und deswegen sind sowas wie Klimmzüge, was du auch schon vorhin meintest, oder Liegestütz eben für Frauen auch nochmal ein Stückchen längerer Weg häufig. Ja, wir hoffen, das hat geholfen und schreib uns mal, wenn du dein Ziel erreicht hast. Wie viele Liegestütze willst du? Genau, ich wollte gerade sagen, wie viele willst du denn machen? Einen! Jan fragt, wie oft trainiert ihr? Unterschiedlich. Kommt drauf an, was man zum Training zählt. Also wenn ich mich auf eine Tournee oder Studioproduktion vorbereite und zwei, drei Stunden am Tag Schlagzeug spiele, dann trainiere ich auch mal sieben Tage die Woche. Das zählt dann auch als Training. Oder wenn du eine Reha-Sportgruppe hast, mit denen du irgendwie was machst. Aber generell, so unser persönliches Training ist zwei, dreimal die Woche. Für den Gesundheits- und Freizeitbereich, wenn man nicht Leistungssportlerin werden will, dann reicht das auch. Wenn man mehr möchte, sollte man natürlich die Muskelgruppen abwechseln, beziehungsweise, wie wir auch in unserem Video über Trainingsplan erstellen gesagt haben, Krafttraining und Ausdauertraining abwechseln. Ja, es ist ja auch immer auch davon abhängig, wie viel bewege ich mich sonst so im Alltag. Ich mache alles mit dem Fahrrad. Also wenn ich mal zum Unterrichten fahre oder in mein Tonstudio, dann fahre ich da mit dem Fahrrad hin und mache da auch mal eine kleine Ausdauereinheit draus. Nächste Frage. Wann wird eine Band von euch gefeatured? Welche Kriterien müssen erfüllt sein? Das muss geil klingen, ne? Ja, genau. Also Metal wäre gut. Metal, Hardrock im weitesten Sinne, wenn es halt zum Workout passt. Aber ich denke, es bezieht sich mehr so darauf, müssen wir irgendwie bekannt sein oder so. Und das tatsächlich gar nicht. Also wir haben bisher auch viele bekannte Bands verwendet, einfach weil wir den Kanal ja auch bekannter machen wollten. Aber wir wollen tatsächlich in Zukunft mehr Newcomer-Featuren. Drei Kriterien sind uns da ziemlich wichtig persönlich. Das eine ist, es sollte nicht programmiert sein. Klar, wenn hier mal ein Keyboard-Effekt ist oder da mal was gerade gezogen ist, okay. Aber es sollte nicht das Schlagzeug jetzt irgendwie komplett vom Band kommen oder so. Da ist er ein bisschen empfindlich. Ich denke, die Zuschauer und Zuhörer honorieren das, auch wenn es echter, handgemachter Metal ist. Das zweite ist, natürlich sollte es eine professionelle Produktionsqualität haben. Und ich finde, der wichtigste Punkt ist eigentlich, dass ihr was reißen wollt. Weil wir wollen auch weit kommen. Wir wollen tatsächlich auch irgendwie die Anlaufstelle für Sport, für Metalhead sein. Und eine Band, die nach ganz oben will, die auf dem Summer Breeze auf der Mainstage um 21 Uhr spielen will. Die wollen wir spielen, selbst wenn sie jetzt noch keine Sau kennt. Und wir helfen mit, dass mehr Leute euch hören. Also schickt uns immer gerne euer Zeug. Passenderweise übrigens gleich die letzte Frage. Was sind eure Lieblingsbands? Oh, schwierig. Sehr, sehr schwierig. Das seht ihr nicht nur daran, welche Band-Shirts wir tragen. Gacken! Warte. Sondern natürlich scheint auch so ein bisschen bei den Songs, die wir spielen, durch, was wir gerne hören. Weil wir spielen natürlich Musik von Bands, die wir kennen, weil wir wissen, welche Songs da funktionieren. Also wir finden, dass halt Bands wie Ormona Marth und Rotting Christ für die Workouts super funktionieren. Black Label Society, Machine Head, alles Bands, die wir gerne hören. Pantera. Ich habe eine große Liebe für Black Metal, aber wir hören auch Folk Metal. Ja, wir wollen jetzt gar nicht zu sehr mit Bandnamen um uns schmeißen, weil dann sitzen wir morgen noch hier, weil es gibt einfach so unfassbar viele gute Bands. Es ist so stimmungsabhängig auch. Soweit erstmal mit den Fragen. Wenn ihr noch mehr Fragen habt, eure vielleicht noch nicht dabei war, dann schreibt die gerne mal in die Kommentare. Wenn genug zusammen sind, dann drehen wir einen neuen Teil quasi. Aber jetzt haben wir nochmal eine Frage, vor allem auch an euch, nämlich was würdet ihr denn sonst so gerne von uns sehen? Wir haben ja schon einige Workouts auf unserem Kanal, aber was fehlt euch? Wovon wollt ihr mehr? Oder vielleicht auch ein Tutorial nochmal, was euch interessiert, ein Sporttheorie-Video? Dann lasst uns das gerne wissen in den Kommentaren, wie immer. Gilt natürlich, like und weiterempfehlen den Kanal, weil wie Andi ja schon sagte, wir haben Bock, dass das weiter wächst. Aber dafür brauchen wir ein bisschen eure Hilfe und Unterstützung. Und je mehr ihr das weitererzählt und erzählt, wie gut die Workouts sind und wie gut wir aussehen, hilft das. Oder an eure Freunde, die in der Band spielen, weiterempfehlen. Ja, auf jeden Fall, genau. Okay, dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Tutorial oder Workout und bis dahin, bleibt sportlich. Tschau. Tschau.